Ka. Ka. Shoka. Shoka. Kommt gleich der Nächste. Ziemlich mal schnell zurück. Ka. Ka. Kann sich die Schamale ein bisschen heilen? Und hier bauen wir noch mehr Häuser. Mana ist... Häuser sind der Schlüssel zum Erfolg. Kein Gebäude müsst ihr so häufig bauen wie das Haus. So, der ist langweilig. Ich kenn da ein Rezept dagegen. Das nennt sich Leute verprügeln. Dann machen wir erstmal die Krieghürte kaputt. Oder ich mach, dass die Priesterhürte kaputt ist. Vielleicht schlauer. Dann verhindere ich nämlich, dass sie mit neuen ankommen. Shoka. Ka. Ka. Ja, mit dir. Ka. 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 Tem computer Search. Alle lösen. Hör auf damit, ich brauche Hilfe von denen. Wie geht denn der aus? Ah, nein, er ist abgesoffen. Selbstständig kommt die irgendwie auch nicht auf die Idee zu kämpfen. Schamanin, du verschwindest Zauber. Kannst du die? Hallo? Und hier? Und du? Entschuldigung, du verschwindest Mana, mein Fehler. Da oben werden Krieger ausgebildet, das kann ich nicht tolerieren. Lass das bitte. Oh, da werden Krieger ausgebildet, äh, Priester ausgebildet, das kann ich auch nicht tolerieren. Aber meiner muss ich erstmal heilen. Vielleicht sollte ich erstmal die Krieger ausblenden, wer ist da drin? Priester. Mit Priestern komme ich eher klar als mit den Kriegern. Ich kriege hier noch irgendwo ein paar Arbeiter. Ja, ja. Wie bauen schön fleißig weiter in der Kaserne. Das heißt, da kommt vielleicht der nächste Blitz rein. Ich könnte auch haufenweise Arbeiter mit einmal töten. Wenn ich schon mal dabei bin. Oh. Jetzt rennen sie gleich wieder raus. Hier werden keine Krieger ausgebildet, solange ich das verhindern kann. Hier wird nicht gepredigt. Dann kann man nebenbei noch unsere Arbeiter neue Häuser bauen lassen. Und das Schöne ist ja, wenn die Ausbildung jetzt gleich abgeschlossen ist von den Leuten. Dann haben wir auch mehr Mana. Immer einen Priester mit hinstellen, weil sonst sieht sie übel aus. Mit Priestern allein wird er mich nicht aufhalten können. Zumindest solange ich meine Schamanin und andere Priester dabei habe. Und jetzt zeigen wir es ihnen. Dem wird das Ding kaputt machen. Das sind einfach zu viele Krieger, die ich glaube ich habe. Genau. Leg dich mit dem Priester an da. Macht wenigstens keinen Mist. Jetzt holen wir auch noch ihre eigenen Anhänger. Raus da. Oh, den machen wir kaputt. Und da kann man nebenbei hier noch ein bisschen... Ah, schade, wir können die Schamanin jetzt nicht mit einmal fertig machen. Hier wird es garantiert gleich ein paar Insekten reinhauen. Oh, wenn nicht, dann ist er gleich tot. Ja, genau so. Nutzen wir einfach mal die Mana-Shook. Den brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Können wir auch alle Zauber anmachen. Das geht jetzt eh zum Ende mit Gelb zu. Egal, ob wir die Kopf des Wissens holen oder nicht. Wir kriegen den Zauber auf jeden Fall in der nächsten Mission. Irgendwo muss noch ein Gegner sein. Ach, hier. Ach, verprügelt ihr einfach mal. Was ist das jetzt? Immer noch nicht. Verloren haben sie schon alles. Ach, die Schamanin ist wieder da. Komm, du gehörst mir. Das war's. Ja, das ist immer das Problem. Meistens sucht man dann, hey, wo kann denn hier einer sein und dann kommt die Schamanin plötzlich wieder. Übrigens, die häufiger die Schamanin hintereinander tötet, umso weniger Mana kriegt ihr. 17 Minuten, gar nicht schlecht. Die kontinentale Teilung. Wir kommen auf jeden Fall schon gut voran. Ich kann eine Dakini-Siedlung ganz in unserer Nähe spüren. Sie haben eine gewaltige Verteidigung gegen uns aufgebaut. Mächtige Anhänger, die als Feuerkrieger bekannt sind. Ich werde den Zauberwirbelsturm und die magischen Schild benötigen, die sich im versteinerten Kopf finden, um die Dakini zu besiegen. Dann werde ich das Wissen besitzen, um meine eigenen Feuerkrieger auszubilden. Ach, da gibt es auch einen ganz einfachen Trick für die Mission, den weiß ich noch. Ich habe mir das anfangs immer so schwierig gemacht. Naja, da ist das Land. Da finden wir die Feuerkrieger. Und da ist der Stamm. Die Verteidigung ist nicht existent, ehrlich gesagt. Erstmal brauchen wir nichts anderes. Zu den Feuerkriegern werde ich später noch ein Wörtchen sagen. Die werde ich nämlich später sehr häufig einsetzen. Ich kenne mich. Ach, schon wieder auf die Hilfe geklickt. Komm her, Schamanen. Wir müssen nämlich hier oben drüber. Um da runter zu kommen. Und ich werde gleich mal mit der Schamanin den Zauber stehlen. Das ist der ganze Trick. Gleich am Anfang hingehen und den Zauber stehlen. Äh, beziehungsweise... Ähm, das, was wir halt brauchen. Oh, dafür ist es... Geh mal da hin, nicht dass sie dich angreifen. Wie man solche Pfade macht, weiß ich nicht. Wenn es überhaupt möglich ist. Lass mich bitte durch. Wir lassen laufen. Wollen wir uns einfach gleich mal die Technologie... Obwohl man Technologie jetzt auch nicht sagen könnte, aber... Ihr wisst ja, was ich meine. Wenn ihr nämlich lange wartet und euch aufbaut, haben die hier ziemlich viele Feuerkrieger oben und dann wird es echt schwierig hochzukommen. Man könnte natürlich eine Brücke hier rüber bauen, das wäre das einfachste. Aber die Feuerkrieger haben eine richtige Reichweite. Also es sind halt Fernkämpfer. Die ersten Fernkämpfer und einzigen, die wir kriegen. Komm, legen wir uns doch mit denen ein bisschen an. Verhindern wir, dass sie sich ein bisschen ausbauen hier. Ich bin ja gerne ein kleiner Stinkstiefel, wie ihr schon gesehen habt. Und wenn meine Schamane stirbt, ist auch egal, die kommt wieder. Nicht so nah ans Wasser. Wir haben gelernt, Wasser ist tödlich. Jetzt werden euch zwei Krieger gleichzeitig bedrängen. Und dann ist das sehr schlecht für die Schamanen. Hui. Glück gehabt. Guck mal schnell, was unsere Leute machen. Ich brauche Feuerkrieger. Ich muss auch gucken. Ah, da bauen sie die Feuerkrieger dann. Das werde ich... Krieger... Kriegerausbau werde ich verhindern. Die Schamane sitzt im Turm, sehe ich gerade. Es wird gestört ohne Ende hier. Nee, die waren Feuerkrieger. Das machen wir selbst kaputt. Wenn sie nämlich keine Krieger haben... Ach Mist, das werde ich verbrennen. Raus da. Ah, haben wir ein bisschen was kaputt gemacht, jedenfalls. Wir haben gerade einen Krieger getötet von Hand. Ah, genau das wollte ich. Komm, komm, komm wieder. Wir machen jetzt gerade alle ihre Anhänger mit der Schamanin allein... Ah, das wird ein Krieger, wo auch immer der die herkriegt. Vielleicht sind das noch die Anfangskrieger. Nebenbei zur Stimme hier noch alles andere mit. Tatsächlich, das sind die vom Anfang. Wir machen jetzt die Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-K